Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute wieder für euch in Battle for the Road in the Weeks. Und zwar wollte ich euch heute den vierten Teil von meinem kleinen Kampfgilden-Guide aus Patch 8.1.5 präsentieren. Und zwar hatte ich ja die ersten Ränge, sprich 1 bis 6, schon in anderen Videos gezeigt. Jetzt gibt es einmal den Rang Nummer 7 und zwar den letzten. Und als erstes kämpfen wir gegen Hyper-Mega-Mechasegul X9000. Und das ist ja dieser Vogel mit irgendwelchen Maschinenteilen obendrauf. Und der ist gar nicht sonderlich schwierig. Und zwar macht er verschiedene Fähigkeiten. Erstmal auto-attackt er uns die ganze Zeit. Dann stellt ihr hier irgendwelche komischen Mecherweihnachtsbäume, die, naja, da solltet ihr nicht drinstehen. Hier seht ihr diese Feuerdinger, die da dran sind, die verursachen relativ viel Schaden. Wenn ihr in der Nähe seid, holt ihr dann auch nochmal diese Bienen hier, die auch noch diese grünen Kreise um sich herum haben. Da solltet ihr auch nicht reingehen. Deswegen bin ich hier ständig den Boss am Rumkiten, weil er ja alle paar Sekunden so einen Baum pläst, dann auch die Bienen pläst. Und was dann noch zusätzlich kommt, sind dann noch kleine Vögel, die euch auch noch kitten. Die könnt ihr aber relativ easy weg, ja, wegkliefen. Zusätzlich haut er nochmal einen Desorientierungs-Infekt auf uns drauf. Anscheinend kann der gebrochen werden über die kleinen Vögel und zwar instant. Der ist aber nur 2-3 Sekunden lang, ja. Also sprich, ihr könnt es so spielen, dass ihr immer einen kleinen Vogel leben lasst, dass der Desorientierungs-Effekt instant runtergenommen wird. Oder ihr kleeft die einfach sofort weg. Und bei mir als Drill-Tank, ich kann fast keinen Schaden mehr machen, wenn ich nicht kleefe. Deswegen war für mich die Alternative, sie leben zu lassen, nicht gegeben. Und ich habe es einfach weggekleeft und habe halt einfach den kurzen Desorientierungs-Effekt in Kauf genommen, ja. Das könnt ihr aber auch anders machen, dass ihr einen leben lasst und euch da quasi schneller raushauen lässt. Und sonst seht ihr, die Taktik mit im Kreiskalten ist hier recht sinnig, weil die Bienen fliegen einem auch nach und man hat sonst immer mehr, die einem auf den Nerv gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaden sie verursachen, aber ich denke mal, es ist nicht sonderlich gut, da drin zu stehen, ja. Man könnte wahrscheinlich die Bäume noch ein bisschen besser ablegen, als ich das hier getan habe. Da es aber eh hier in 2 Minuten Enrage-Timer gibt, ist es jetzt nicht so der Stress, ja. Dann kommen wir zum zweiten Boss im siebten Rang und zwar Fran und Rido. So, und zwar sind das hier die 2 Dudes, einmal so ein Gnom, Goblin, ne, glaube ich, ein Gnom ist es, oder? Goblin, keine Ahnung, irgendwas Kleines auf den Schultern von dem großen Viech. Und hier haben wir verschiedene Fähigkeiten. Wir haben erstmal, ja, so eine Dynamitstange, die geworfen wird auf eine Stelle, wo wir standen. Da müssen wir einfach rausmoven. Dann haben wir ein Netz, was auf uns geworfen wird und danach haben wir diese Bomben und da müssen wir gucken, wo die Lücke ist. Das ist so ein bisschen Mimiron-Style, rauslaufen, die Bomben gehen nämlich nach einer Weile in die Luft. Und ihr solltet ein bisschen gucken, dass ihr sie vielleicht einigermaßen gleichmäßig runterhaut. Ich habe mich jetzt entschlossen, auf den großen als erstes zu gehen und den oberen nur zu cleaven, denn sobald der große stirbt und der kleine von oben runterkommt, ist es so, dass der einen Enrage-Effekt hat und wesentlich mehr Schaden macht. Das wird euch auch nicht instant umbringen, aber so könnt ihr schon mal, wenn ihr eine Klasse seid, die cleavt, gleichmäßig Damage draufbringen und lauft vielleicht nicht Gefahr, in den Enrage zu kommen, beziehungsweise müsst ihr dann den Typen, der jetzt hier quasi so den Soft-Enrage auch noch hat, nicht noch hochbuffen. Also so als kleiner Tipp. Ihr könnt natürlich auch es andersrum spielen. Denke ich mal, findet beides zum Ziel. Dann haben wir als dritten Boss im siebten Rang Black Mangel. Und zwar ist es dieser Piraten-Captain quasi, hat sich fast Häuptling gesagt. Und die Hauptmechanik sind quasi diese Kanonen hier. Und ihr seht, dass diese Zündschnüre verschieden lang sind. Und sobald eine angezündete Zündschnur quasi eine Kanone erreicht, wird die abgefeuert und ihr seid dadurch One-Shot, wurde mir gesagt. Ich wurde nicht getroffen, aber ich habe das jetzt einfach mal geglaubt. Und ihr müsst quasi den Boss einfach nur, beziehungsweise euch auch immer nur, zu der längeren Zündschnur weiter platzieren. Heißt, ihr müsst da schon ein bisschen drauf achten, welche jetzt gleich hoch geht, wo viele Kurze sind. Wenn nämlich jetzt hier, wo ich gerade bin, viele Kurze nebeneinander sind, dann müsst ihr teilweise auch mal ein bisschen weiter moven. Sonderlich schwierig ist das nicht. Vor allem als Miniklasse ist das jetzt hier nicht das große Moven. Zusätzlich haben wir noch so einen Charge, den der Boss macht. Dem sollte man am besten ausweichen. Macht aber jetzt auch nicht so viel, wenn ihr getroffen werdet. Es ist eigentlich bloß ein ruhiges Runterspielen. Ein bisschen DPS braucht ihr. Der Boss hat, glaube ich, so 1,2 Mille, sowas um den Dreh rum. Heißt, nicht so wenig. Ein bisschen Schaden braucht ihr. Ich als Tankklasse habe ihn aber auch knapp geschafft, kurz vorm Enrage. Heißt, wenn solange ihr als CD die Kanonen richtig spielt, sollte es eigentlich nicht der große Stress sein. Also da einfach nur ein bisschen gucken, wo die zu den Schnüren sind und dann ist der Kampf eigentlich relativ leicht gewonnen. Dann kommen wir zum letzten Kampf im siebten Rang und damit auch den insgesamt letzten Kampf. Und zwar haben wir hier drei NPCs. Und wir haben hier den Affen, der castet am Anfang ein Schild und den müssen wir sofort interrupten. Sobald wir den interrupted haben, ist nämlich das Immunschild auf allen weg und wir können sie DPSen. Dann ist es so, dass wir hier den Menschen haben und der castet einen sehr, sehr langen Cast. Und wenn er durchkommt, dann ist es quasi ein Vibe. Deswegen muss der als erstes sterben. Und ich versuche auch alles, dass ich den kompletten Damage auf ihn draufbringe. Ich cleave natürlich nebenbei noch. Also der ist danach Priotarget. Heißt Affe stunnen und beziehungsweise sollen anscheinend auch andere CC-Effekte gehen. Also interrupten könnt ihr nicht, aber mit CC-Effekten quasi unterbrechen. Ich habe Desorientieren und Knockback ausprobiert. Das hat beides nicht funktioniert, deswegen musste ich den Stunt skillen. Da müsst ihr bei eurer Klasse mal gucken, was funktioniert. Zusätzlich haben wir natürlich hier diese Void-Effekte. Den muss man ausweichen und am besten den Cast in Affen interrupten. Ich habe das hier nicht getan, weil ich als Tank relativ wenig Damage habe und mir es nicht erlauben kann, da zu switchen. Sonst hätte er durchgecastet. Ihr solltet den auf jeden Fall interrupten. Das macht nämlich relativ viel Damage, wenn er seinen Cast durchchannelt. Da ein bisschen gucken. Sobald der down ist, der Mensch, ist es eigentlich relativ wurscht, auf wen ihr Schaden macht. Am besten nehmt ihr den Affen ins Target und versucht ihn möglichst immer zu interrupten, weil das die größte Schadensquelle ist. Der kleine Gnome castet ja im Endeffekt eh bloß die Void-Flächen und das ist relativ easy handelbar. Also da hat man eigentlich nicht den großartigen Stress gegen. Ja, und dann haut ihr am Anfang oder am Ende, besser gesagt, nur noch den einen Affen runter. Mehr ist es nicht. Ihr seht, hier kann man auch stunnen. Also sprich, seine Cast sollte man dementsprechend da ein bisschen interrupten. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Video-Guides sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.